Wunderbar, ja. Und wir freuen uns, dass der Erzbischof von Bamberg, Ludwig Schick, da ist, der uns eine wunderbare Predigt gehalten hat über sympathisches Christsein mit der Mutter Gottes und über missionarisches Christsein. Da sind wir sehr dankbar. Es waren auch viele, viele Pilgerinnen und Pilger aus der ganzen Gegend da. Ja, und wer Sie verehrt und wer mit ihr auch das Leben teilt, der wird auch sympathisch. Sympathisch im doppelten Sinn, dass man wirklich mit den Freudigen sich freut und mit den Leidenden auch hilfreich mitgeht. Und dann wird man auch sympathisch und attraktiv für die Menschen. Und dann nehmen sie uns unseren Glauben ab und werden auch Christen. Und so kann unsere Welt einer guten Zukunft entgegengehen und wir alle einmal in den Himmel kommen mit der Gottesmutter, dem heiligen Konrad von Parzam hier in Altötting. Und wir werden vereint sein in Frieden und Freude in der Ewigkeit. Wie gefällt es Ihnen hier in Altötting? Immer wieder gefällt es mir gut und ich bin auch wieder gerne hierher gekommen, um heute die Wallfahrt 2019 zu eröffnen. Schön, dass so viele da waren und ich hoffe, dass im Laufe des Jahres noch ganz viele kommen. Vielen herzlichen Dank. Danke schön. 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 Danke schön.